Wie sieht die perfekte Flasche Rum aus, die du blind verschenken kannst? Kein Witz. Das ist das Ding. Echter Jamaika-Rum als Grundlage. Und da kommt natürlich nichts anderes für in Frage. Denn Jamaika gilt weltweit als einer der besten Rums. Dazu eines der teuersten und beliebtesten Gewürze auf der ganzen Welt. Teurer als das Kilo-Preis Silber. Echte Vanille. Dazu eine geheime Rezeptur, damit er komplexer wird. Am Ende kommt da der Rum Love Spring Vanilla raus. Ein Rumlikör mit richtig viel Geschmack und satten 40% Alkohol. Dabei trotzdem mild. Auf einem Eiswürfel im Tumbler, mit Mangosaft in der Cocktailschale, über Stracciatella-Eis oder einfach pur. Mein Gemeinschaftsprojekt mit dem Gewölbe Nauen. Ganz wie du das am besten findest.